Das Jürtendorf. Einmal was ganz Neues. Was Einmaliges an der Mosel. Das Jürtendorf. Wir besichtigen mal das neue Dorf. Alles Mongole Zelte. Ganz toll eingerichtet. Frühstücksraum. Das ist die Langebar. Das ist ein großes Zelt mit elf Betten. Das ist für Kinder. Oben sind die Waschräume. Jedes Zelt hat einen separaten Duschraum und Toilette. Das ist die Himmelbett Suite. Nochmal zwei Mongole Zelte mit natürlicher Lüftung. In dem grünen Zelt kann man baden. Im Freien. Wir befinden uns jetzt vor dem Zelt Wiki. Ein Dreimannzelt. Das ist der Hochzeits Suite. Ein kleines Waschbecken. Ein kleines Waschbecken. Und sogar ein kleiner Biergarten. Wir kommen jetzt in den Frühstücksraum. Hier kann man auch Frühstück buchen. noch mal ein kleiner Blick. Über das Jurtendorf Reion. Ab hinten ist das Jurtendorf. Hier sehen wir die Spitzen von dem Zelt.